Ich lerne Deutsch. Eifersüchtig Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das Wort Eifersüchtig beschreibt das Gefühl von Neid und Missgunst. Das Wort Eifersüchtig beschreibt das Gefühl von Neid und Missgunst, das eine Person empfindet, wenn sie glaubt, dass eine andere Person ihre Zuneigung oder Aufmerksamkeit mit jemand anderem teilt. Das Wort Eifersüchtig beschreibt das Gefühl von Neid und Missgunst, das eine Person empfindet, wenn sie glaubt, dass eine andere Person ihre Zuneigung oder Aufmerksamkeit mit jemand anderem teilt. Edgar wurde eifersüchtig, als er seine Freundin mit einem anderen Mann sprechen sah. Edgar hatte Angst, ihre Zuneigung zu verlieren und fühlte sich durch die Aufmerksamkeit, die sie einem anderen Mann schenkte, bedroht. Ria war eifersüchtig auf ihren Bruder, weil er mehr Geschenke bekam. Ria war eifersüchtig auf ihren Bruder, weil er mehr Geschenke bekam. Ria fühlte sich benachteiligt und wollte die gleiche Aufmerksamkeit und Zuwendung wie ihr Bruder. Helena wurde eifersüchtig, als ihr Kollege eine Beförderung erhielt, die sie sich auch gewünscht hatte. Helena wurde eifersüchtig, als ihr Kollege eine Beförderung erhielt, die sie sich auch gewünscht hatte. Helena empfand Neid, weil sie den Erfolg ihres Kollegen als Bedrohung für ihre eigenen Ambitionen sah. Frank war eifersüchtig auf die Freundschaft seiner besten Freundin mit einer anderen Person. Frank hatte Angst, seinen besonderen Platz in ihrem Leben zu verlieren, weil sie sich mit jemand anderem anfreundete. Fiona wurde eifersüchtig, als ihr Partner seine Ex-Freundin erwähnte. Fiona empfand die Erzählungen als Bedrohung für ihre Beziehung und wollte die alleinige Aufmerksamkeit ihres Partners. Der ältere Hund wurde eifersüchtig, als sein Besitzer dem neuen Welpen mehr Aufmerksamkeit schenkte. Der ältere Hund wurde eifersüchtig, als sein Besitzer dem neuen Welpen mehr Aufmerksamkeit schenkte. Der Hund fühlte sich vernachlässigt und wollte die Zuneigung seines Besitzers nicht mit dem neuen Welpen teilen. Patrick war eifersüchtig auf die Erfolge seines Bruders, weil er selbst nicht so erfolgreich war. Patrick verspürte Neid, weil er das Gefühl hatte, nicht die gleichen Erfolge wie sein Bruder erreichen zu können. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. Vielen Dank.